Herzlich Willkommen zu Playa del Parma kompakt, Tag und Nacht am Balaman. Heute ist Donnerstag, der 1. Februar 2024. Wir sind hier wieder auf Mallorca an der Playa del Parma und starten unseren Tag am Strand in Arenal bei sonnigen 17 Grad wieder und immer noch sehr schönes Wetter hier an der Playa. Gestern war es vormittags bis mittags ein bisschen bewölkt, dann hat sich die Sonne gezeigt und heute ist komplett schönes Wetter, strahlender Sonnenschein, kaum Wind. Die Möwen sind am Baden. Wassertemperatur aktuell so bei 15 Grad. Heute Donnerstag wird wahrscheinlich wieder nicht allzu viel los sein. Ich war gestern nochmal im Bierkönig, so bis um halb elf. Für den Donnerstag war es in Ordnung in der Nebensaison, aber ich gehe davon aus, spätestens morgen wird es wieder voller werden. Dann haben wir am Samstag haben wir einen Auftritt im Bierkönig, um 21 Uhr ist Tim Toupé angekündigt. Und dann lassen wir uns nur überraschen, was der Tag heute noch bringt. Wir laufen ein bisschen hier rum, genießen das schöne Wetter und genießen diese Ruhe. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß beim Video und liebe Grüße gehen raus an alle. Ja, dann würde ich mich viel Spaß beim Video und liebe Grüße gehen raus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ja, auch zum 1. Februar Das war pünktlich, das hat die Linus wieder aufgemacht. Ich gehe mal gleich mal gucken, ob das Mama Mura aufhat. Da gehe ich aber von aus. Ja, und weiter ein herrliches Wetter heute, so gut wie keine Wolke am Himmel. Traumhaft. Traumhaft. Ja, die Krone hier vorne hat ganzjährig geöffnet. Das ist natürlich auch eine Top-Location, direkt in erster Linie. Amador Schnitzelhaus, hat noch geschlossen. Kann man auch sehr gut essen. Sehr lecker, die Schnitzel. Da steht jetzt aber auch nichts dran, wann sie wieder öffnen. Mamamoo, sieht zu aus. Sieht zu aus. Ja. Also da noch nicht geöffnet. Was steht denn hier dran? Na, hier steht Januar geschlossen, aber... Ja, heute noch nicht geöffnet. Mal schauen die nächsten Tage. Mal schauen die nächsten Tage. Mal schauen. So, was machen wir denn jetzt? Gute Frage. Eine Fahrradtruppe. Ich würde sagen, ich will in die Sonne, deswegen gehen wir wieder runter in die Playa. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020